Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Live-Abonnenten von eurem YouTube-Kanal oder von anderen YouTube-Kanälen auf eurem Handy-Bildschirm anzeigen lassen könnt. Das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Zunächst braucht ihr die App Subscriber Counter. Die könnt ihr euch ganz einfach aus dem Google Play Store herunterladen. Wenn ihr das geschafft habt, schließen wir den Google Play Store. Jetzt müssen wir in unsere Widgets gehen und dort müssen wir das Widget Subscriber Counter auswählen. Dann müssen wir den Namen eingeben. Das wäre jetzt wie in meinem Fall Techlike. Als nächstes werden alle Kanäle angegeben, wo der Name Techlike drin ist. Mein Kanal ist hier an erster Stelle. Dann müssen wir nun noch auf den Kanal draufklicken und schon werden die Abonnenten auf dem Handy-Bildschirm angezeigt. Und so einfach könnt ihr die Abonnenten von eurem YouTube-Kanal auf dem Handy-Display anzeigen lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach meinen YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Vielen Dank.